Vierlefanz war auch okay. Ja. Ja. Bist du Vierlefanz, 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 Vierlefanz. Sag das bitte nicht dauernd. Vierlefanz. Die Vierlefanz. 20 Millimeter, 16 Schuss. So was für ein Vierlefanz? Ja. So, Enkel, Schoten, Körse, Verräte. Verräte. Achtung, Feuersplitter, Sprengwirkung, Leuchtspuraufstiege in weißen Blinker mit blutroten Sternen und grünen Blinkern in tiefblauen Sternen. Hi Pyrofreunde und Mette. Ich bin immer noch in Freakies Pyrokeller. Hier will man auch gar nicht mehr raus. Und trotzdem müssen wir gleich mal vor die Tür gehen, weil ich möchte euch die Vierlefanz-Batterie von Argento vorstellen. Vierlefanz. Das ist eine 16 schüssige 20 Millimeter Batterie mit recht buntem Effekt. Wie der Effekt genau ist, das seht ihr gleich im Video. Die Daten, die habe ich euch natürlich an der Seite mal wieder eingeblendet. Genießt es, habt Spaß damit und Peace. Die Vierlefanz von Argento. Die Vierlefanz, Leuchtti. Eins, zwei, zwei, drei. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.